Hallo, ich bin der Julian, ich komme aus Hof und für mich bedeutet Freiheit vor allem die Meinungsfreiheit, weil man früher ja nichts sagen konnte, ohne dass man dafür verurteilt werden konnte. Man musste wirklich aufpassen, was man zu wem sagt, wie man es sagt, dass es halt wirklich nicht an die falschen Leute gerät und dass man dann auch halt nicht dafür verurteilt wird.